Sie wollen Tennis spielen lernen wie Djokovic, Federer und Co.? In der Tennisakademie Baden-Weiler werden junge, ambitionierte Spieler bestens trainiert und langsam an das Profi-Tennis herangeführt. Die Tennisakademie verfügt über alles, was man braucht, um perfekt vorbereitet zum Jungprofi zu werden. Einen topmodernen Wellnessbereich, ein bestens ausgerüstetes Fitnesscenter und natürlich erfahrene Trainer, die ihr Handwerk in jeder Hinsicht verstehen. Das vom ITF zertifizierte Trainerteam besteht aus ehemaligen Profis, die stolz auf zahlreiche Einsätze für das mazedonische Davis Cup Team verweisen können. Mit Geduld und ausgereiftem Know-how nehmen sie sich der Schüler an und formen aus ihnen die Champions von morgen. Natürlich sind auch Hobbyspieler stets willkommen. Diese erwartet hier neben bestens gepflegten Plätzen auch eine Sportbar mit gutbürgerlicher Küche. Tennisakademie Baden-Weiler – Spiel, Satz und Sieg Philippe, Satz und Sieg